Krieg mit einem Arsch! Das war richtig gemacht da draußen, machst du das? Ja, deshalb fahren wir ein Auto, gehen wir nicht zu Fuß. Sonst hat man ja noch wandert. Das Ding lassen wir hier hin, das lassen wir ab. Naja, das geht nicht wieder weg. So, das geht nicht wieder weg. So, das geht nicht wieder weg. Das geht so gut und jetzt kannst du zu fahren und das andere ist klar. So, die hast du gerne wieder ein bisschen rausgemacht. Ja, ich sag gerade schon. Ich habe eigentlich nur ein wenig... Wegen dem Urlaufen. Wegen dem Urlaufen. Wegen dem Urlaufen. Ich werde ja umgekommen. Schau dir das mal an, das gibt es ja nicht. Hast du das gesehen jetzt? Ja, war schön. Top. Haha, jetzt ist geil. Innen fahren ist natürlich schnell. Ich zeige, was du magst. Wenn du dir da hinten angereit. Dann kannst du mich auch gleich so diagonal rüberfahren. Auf den Ausstieg dazu. Und dann rüber. Ja, das ist gut. Ich gehe viel besser als aus. Wir fahren weiter. Wir bleiben nicht stehen. Nein. Ich gehe hinten rechts okay. Ich gehe auf den Schubert jetzt. Ja. Ich komme aber einfach kurz Pause machen. Dann gleich. Wir werden das machen. Jetzt bin ich gespannt, ob jetzt wieder querkommt. Bei dir oder bei dir? Bei dir da. Bei dir da. Wir fahren jetzt mal vor der E-Serie langsam gefahren. Das würde ich dir eigentlich helfen. Zwar nicht, aber... Jetzt halt. Na ja, dann ist er da. Jetzt mal gucken wir in die Fahrzeuge. Aber ich glaube, jetzt meine ich noch, wir mögen noch ein bisschen einen Druck mehr rausnehmen dürfen. Das würde ja auch ein 6 und ein 8 gehen, was der Peter gesagt hat. Das war jetzt vor der Schlag. Jetzt macht das komplett mehr gehen wird. Der Leitzger hat ja den Leck. Der Leck mich am Arsch. Da steht ja die Radl fast noch ins Geruch. Mist einschlags. Brutal! Da ist der schon lange am Anschlag, dann kann es bei dem Monat nicht ins Gelbe noch mal in Kraft fahren. Ja, ja, ja. Das ist jetzt hier langsam. Ich wollte gerade sagen, es ist zwar eh keiner da, aber ein Blicker, der mir fast... ... ... ...